Also, Herr Müller. Können Sie mal über meine Auge regnen? Das tut weh. Ja, nein, tue ich nicht. Der Geredewart hat sich beschwert, weil aus der Kabine ja ziemlich ein Dampf rausgekommen ist. Angeblich, weil Sie Ihre trägernden Unterhosen zu den Trikots mit reingelegt haben. Brennt wie die Sau. Na. Doch, der ist sich eigentlich ziemlich sicher. Größe M und hinten zwei riesige Bremsspuren drin. Ich hab Größe S und da scheiß ich nicht rein. Also echt? Schau ich aber so aus, ha? Schau dir mal an, du Bützuchte. Von nix an der Ahnung, weißt du von gar nix. Weißt du was, ich sauf mir jetzt so an. Servu. Was hatคน catchtido? Ja, ich glaub du wir. Wir hatten die configure, die Nachf smokes claim. Und ich hörvi und habe auch Wanderste. Ich persönlich해도 es ihnen eine